heiter was geht ab leitung hier gerade in parsing angekommen ist doch ernst früh drehen wir mal eine runde schauen wir mal was so abgeht ich will nichts per hand von der ernst voll gewonnen ihr seht modul an von nantec gesponsert keine namen keine bots alles legal hier woodland gamer aber desktop ist auch nicht gesponsert also machen die nicht gesponsert nicht dann oder wie direkt erstes incognito aber mich juckt nicht aber für alle die hier extra hergekommen sind bestimmt sehr interessant immer noch auf der suche nach 100 prozent kagama der wird echt nie wieder kommen letztes wochenende kamen so viele alle verpasst seitdem gar nix ein bisschen ist schon los hier das und die 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 so sehr viele leute hier ich schlüpfe hier erstmal ein Ei du dann auch schon getroffen er ist auch wohl hier aber Challenge machen wir später damit wir noch Zeit haben ein paar Pokémon zu schnappen muss hier ein bisschen brüten damit ich von den Müll-Pokémon gute Prozente habe aber von dem brauche ich keinen mehr da habe ich schon 100 Prozent schauen wir mal ich habe gestern Diaries gecheckt von allen Pokémon das war nicht sehr erfolgreich ich habe glaube ich fünf die 93 oder zwischen 93 und 98 waren alles klar ja warte erzähl nochmal wer hat dein 100er keine Ahnung irgendeiner den ich nicht kenne lieber mir aber hast du ihm gegönnt hast du ihm gegönnt das ist die Frage ihm habe ich es nicht gegönnt weil ich ihn nicht kenne okay aber Alex schon Alex habe ich vom Herzen gegönnt wo ist eigentlich Alex ja er kommt noch Verspätung hat er meinte ja Alex habe ich habe es gegönnt er hätte auch ein 100er gehabt ja Alex habe ich es gegönnt du auch oder hast auch alles gegönnt ich sowieso natürlich du hast Auge gemacht Mann das hast du versuch nicht die Schild auf mich zu schieben Servus Servus kann man ein Bild mit dir machen auf jeden Fall lasst mich nicht allein wenn ich alleine bin sprechen die Leute mich öfter an das war gerade schlimm diese Runde da ging echt kein Schritt diese Runde sehr gut alle den Hong anreden dann kann ich ihn endlich einholen so macht er keine Pist so mache ich echt keine Pist das ist echt gut ja das ist gut ja die vibrieren immer dann kannst du nicht mehr drauf und da stehen auch noch die Zeilen dazu ja unten sind die vor Ort komm die Mitte bist du auch noch mal Mann das ist in der FC Bayern ne das muss nicht sein so läuft es so viele Leute echt unglaublich ich habe zum Glück auch ein paar Bekannte getroffen Alex ist am Start ich muss jemanden grüßen Janu ich grüße dich endlich mal nach 1000 Jahren echt unverdient nachdem dieser Typ hier gerade unverdient einen Shoutout gegeben hat kriegt der leidende Justus natürlich auch ein damit er nicht so viel leidet also ich leide ja ohne Ende aber momentan aber ja nicht so 100% Lugia läuft aber ich will mich angeben auf jeden Fall muss ich UFX grüßen aus Aschaffenburg UFX represent den Can die heißen die anderen Benny den Ümit und den Blitz ja er kannste aufhören zu fliehen Shoutout an alle Aschaffenburger auf jeden Fall große jetzt habe ich ihn wieder aus dem Raum verloren oh mein Gott soll ich rufen oder ganz ehrlich die Leiden hören nicht mehr auf wir haben hier Tati ein großer Fan von Julian ich werde ihm jetzt Julian vorstellen falls ich ihn finde ich habe ihn gerade gesehen aber er ist wieder untergetaucht ich habe keine Angst vor den Fans ich glaube die Fans haben uns von dir ja wo sind die aber es gibt ganz viele die sich nicht trauen ist der so schnell unterwegs die ganze Zeit oder es schauen wir mal Herr Hong ist eh voll das Arschloch sprecht die nicht an er ist ernst gemein mein Gott er gönnt mich Alex gönnt nicht man echt nicht direkt Dislike bei jedem Video mein Gott zu Recht hat er das 100% nicht bekommen oh mein Gott zu Recht oder ehrlich du hast auch nicht gegönnt na klar habe ich gegönnt aber jetzt nicht mehr als Evoli und alle Entwicklungen mit Evoli ja Evoli auch oder ja und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bisasam habe und nur ein Bisasam nur ein Bisasam egal ob Bisasam aber bei Evoli aber dann alle mit Evoli oder ohne mit Evoli ich wollte einen 100er mehr haben also ich glaube man verliert man wieso gönnst du nicht man ich gönne echt du hast auch mehr 100er aber heute gönnst du echt gar nicht vorbei ganz ehrlich ich bekomme das 100er nicht du bekommst den 7 Tati wo gehst du hin hab doch keine Angst seid doch nicht nervös mein Gott seid doch nicht nervös bin ich ja nicht Julian hier ist ein Kumpel von mir der dich kennenlernen wird Julian grüß dich ich bin der wo du gemeint hast äh was was hast du so eine Kugel doch leider nicht Tati ja genau das Video hat leider keinen Ton Abos meine Güte geht der ab Abos Abos ja also wie soll ich hier los wo war es die letzte halbe Stunde beim Lugia haben wir dann doch eine Kugel wo war es gefangen aber es waren so viele Leute da wir hatten eine Kuppe Abos meine Güte geht der ab Abos wir haben es glaube ich in Karlsruhe einmal geschafft den Code halt beim zweiten Ding zu verändern aber so meine Güte und Polizei war da und hat gerade überwacht ich glaube Julian war in meiner Gruppe ich hatte nämlich auch die zusammenstecken relax oh mein Gott warum leidest du Tati das ist nur sein Schluch der mich fertig gemacht nein weil er nicht 40 ist alter der was ich lass mir Zeit was hab ich doch gesagt du bist noch nicht aber ich hab's äh keine Güte ähh ok so he mein lugia alles für ein lugia gehen wir mal durch die Massen mach einfach bei irgendeinem mit hey geht so weit aber ich habe kein box so weit zu gehen muss wir jetzt erst mal eine gruppe suchen kein sicher nicht durch die mengen lassen wir gehen weg von dem wir gehen weg vom wir schauen uns mal seine daten an Wie ist das Abend? Pikachu? Oh, nicht schlecht. Schau mir gerade deine Daten an. Komm bitte, Willi. Wie ist das Passwort? Wie ist er Pikachu Pikachu? Wie ist er? Pikachu Pikachu Ja, ich bin drin. Oh ja. Das wird zu reichen bei so vielen Leuten. Pisa Pikachu Pikachu. Pisa Pikachu Pikachu. Ich gefällt mir. Hallo. Hallo. Ich bin relativ langsam dafür, dass wir 19 Leute sind. Ich dachte, das geht schneller hier. Die waren ja eigentlich ganz freie. Ja. Die waren ja eigentlich ganz freie. Die waren ja auch noch. Auf Pech gehabt. Die waren ja eigentlich ganz freie. Die waren ja eigentlich ganz freie. Die waren ja auch noch nicht. Das war doch ein ganz freie. Das war doch ein wenig. Das war doch ein wenig. Ja, natürlich. Gleich nachdem ich es gefangen habe. Na, warte, weil die ja vorne gehen, oder? Ja. Schaut an, wir leiden eigentlich nicht aufs Handy, gell? Ja, das ist Ketchup. Ja, das ist Ketchup. Andi, lang nochmals her. Also, ich weiß sowas nicht. 33. Jetzt haben wir erst mal das Video und dann können wir gerne darüber labern. Das sind mega coole Fächer. Auf ewiger Suche haben wir eine Location gefunden. Flieg nicht weg. Schauen wir mal. Also, ich misse gerade noch ein bisschen aus. Ich habe zu viel zum ausmisten. Ich dachte, stellvertretend Bisa Flor. Aber natürlich zählt ein Bisasame und ein Bisa Knosp auch. Ein Hunderter gibt 10 Punkte. Ein 97,8, also landläufig ein 98er, gibt 5 Punkte. Ein 95,6 gibt 3 Punkte. Ein 93,3 gibt einen Punkt. Zählt, wie gesagt, nur das Beste. Wieso ist das Körper den Klammer? Das zählt nicht, gell? Richtig. Dafür gibt es keine Punkte. Das werde ich auch nicht vorlesen. Schade. Genauso wie ich Onyx, Schanera, Seemon, Ja, ja, ich bin schon überlegt. So, Battle vorbei. Demnächst auf unserem Channel. Jetzt müssen wir noch die Eisdiele supporten, bei der wir alles gedreht haben. Was gönnst du dir? Ich bin immer so der Schokolade-Klassiker. Oh, Klassiker. Das ist zwar langweilig, aber... Ich bin immer der Außergewöhnliche. So Pfefferminz oder so. Für mich eine Kugel in der Waffe Pfefferminz. Ich glaube, ich wollte mir noch eine Cookies-Kugel. Geil. Für mich eine Kugel Schokolade und eine Kugel Cookies, bitte. So. Der Tag neigt sich dem Ende. Es ist kurz vor sieben. Ich muss eh gleich los. Ich habe leider was zu tun. Da darf ich nicht zu spät kommen. Aber kurz davor habe ich sogar noch einen Softball kassiert. Keine Ahnung, wieso die Jungs keinen haben. Die haben gestern noch bis zwei, drei gezockt. Ich nicht. Und Chokangama. War eh nicht gut. Okay. Aber keine Ahnung. So viel habe ich auch nicht gezogen. Keine Ahnung, was hier los ist, aber... Perfektes Timing. Muss los. War cool mit den Jungs hier. Hoffentlich bald mal wieder. So. Das war gerade das Ende von Tag 2. Habe es jetzt damit verwendet, weil ich dachte, das hat ganz gut gepasst. Tag 1 ging noch relativ lang, bis in die Nacht. Ich habe schon um 12 Uhr schlapp gemacht. Die anderen Kollegen bis 2, 3 Uhr. Also die sind krass unterwegs. Haben das Event genutzt. Wenn man schon mal hier her entfährt, sollte man das auch maximal ausnutzen. Julian hat schon früher schlapp gemacht. Jungen 8, 9. Aber hat mich trotzdem beeindruckt. Auch krasser Grinder. Sonntag Vlog mäßig gar nichts. Aber dafür habe ich andere Videos gemacht. Gedreht. Die kommen im Verlauf der Woche. Hoffentlich. 100% Battle ist auch in Planung. Also nicht in Planung, also ist schon gedreht. Und wir müssen das nur noch schneiden. Und unsere Materialien austauschen. Also das wird hoffentlich bald kommen. Sehr bald. Ich glaube morgen. Wenn spätestens Donnerstag, meinte Julian. Aber ansonsten echt cooles Wochenende. Shoutout an alle, die ich getroffen habe. Alle, mit denen ich abgehangen habe. Alle Zuschauer, alle Fans. Alle, die Fotos machen wollten. Und sogar Autogramme, all dies, das. Hat mich echt gefreut. Hoffe ihr habt alle Kangamas und Icognitus bekommen. Hoffentlich bis bald. Aber das war's. Jö mal liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen wie es so ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht. Pokémon ist hier das Business. Seit ayunschätzer. Und wieder kommst du an, was. Das ist noch nicht wahr.